Hallo und herzlich willkommen in Würzburg. Mein Name ist Christina Walter und ich bin Gästeführerin hier in Würzburg und möchte euch heute mal den Hofgarten zeigen, der zusammen mit der Würzburger Residenz Teil des UNESCO-Weltkulturerbes ist. Um ganz genau zu sein, wir befinden uns gerade im italienischen Teil des Hofgartens, wo unsere Gäste jedes Jahr der kleinen Nachtmusik lauschen können im Rahmen des Würzburger Mozartfests. So, wir sind jetzt hier im französischen Teil des Hofgartens und wenn wir hier ein bisschen das Auge schweifen lassen, sehen wir natürlich sofort die wunderschönen, bunt bepflanzten Blumenbeete, die immer noch nach Originalplänen des 18. Jahrhunderts entstehen. Auch ganz einflussvoll sind den Brunnen flankierend die klassizistischen Figurengruppen. Hinter mir seht ihr den Raub der Europa und auf der anderen Seite haben wir Raub der Poserpina.